...steht und so nicht noch nicht schlüssig ist und meint, das Spiel ist doch eher so ein... Oh ja, komm, man hat Waffen und es ist nicht wie Outlast, wie Daylight. Also das Spiel ist echt Bombe. Also verspricht auch das, was in den Trailern wiedergegeben worden ist. Also wie gut das auch aussah. Man hat ja immer wieder gesehen, oh boah, da läuft er mit dem Motion-Track herum und das sieht doch nie im Leben so aus. Es sieht wirklich so aus. Ja, also versprochen. Okay. Okay, lassen wir mal die Taschenlampe an. Und ich habe aber momentan gar nicht so das Gefühl, wie weit wir im Spiel sind. Ich weiß es partout nicht. Wie lange haben wir jetzt gespielt seit 8 Uhr? Vier Stunden? Fünf Stunden? Uh! Wow. Wow. Ich würde gerne diesen Schweißbrenner gerne mal haben, um die Türen zu öffnen, weil da sind so viele Türen, die... Okay. Die wir gar nicht mehr, glaube ich, sehen werden, die wir nicht öffnen können. Ich weiß nicht warum, ob man das nochmal spielen kann, wo man dann alles hat oder so. Weil hier zum Beispiel Schlüsselkarte, da sind einige Türen, die wir auch liegen gelassen haben, wo wir eine Schlüsselkarte für brauchen, die wir nicht gefunden haben. Es liegt schon mal bei Verbeidung. Suncrisble, medical. Visitors. Psychi... Okay. Psychiatrack, what? Mhm. Assayment room. Okay. Ich möchte nicht in den... in den Psycho... Okay. Was sind das immer für komische Geräusche? Ach, die Kamera. Ach, die verfolgt uns auch. Okay. Deswegen. Naja gut, dann wissen wir das auch schon mal. Ich muss schon gerade sagen, steht denn Fahrrad? Ein Rollstuhl. Was ist das Schlimmste in Horrorspielen? Rollstühle. Ist immer so. Oh, speichern. Oh ja, auf jeden Fall. Definitiv speichern. Definitiv. Definitiv speichern. Ist cool gemacht. Also, muss ich ehrlich sagen, ein Lob an Sega. Richtig tolles Spiel. Bis jetzt. Cool. Ripley, ich brauche einen Arzt. Ich bin Arzt. Meine Freundin braucht Hilfe. Medizinische Vorräte. Ich auch. Auf dieser Ebene gibt es kein Sanitätsgut. Aber es sind reichlich in der Arzneiausgabe unten. Und wie kommen wir da hin? Wie? Hier sehe ich so aus, als wäre ich dazu in der Lage. Ich brauche Ihre Hilfe und Sie brauchen meine. Finden Sie zuerst den Zugangscode zu dem Wartungslift. Und dann komme ich mit Ihnen nach unten auf die Krankenstation. Zugangscode? Ja. Ich kann Ihnen Anweisungen von hier ausgeben. Molly oder Lingard müssten den neuen Zugangscode gehabt haben. Mollis Büro ist am wahrscheinlichsten. Ziel aktualisiert. Finden Sie Mollis Büro. Dann wollen wir das mal finden. Da ist wieder ein Schacht. Da müssen wir wahrscheinlich durch. Aber ich gucke mich noch ein wenig um. Aber hier scheint glaube ich Notfallüberbrückung. Ah ja. Hier steht wieder dieser Filter auf der... Also arbeiten wir am besten zusammen, oder? Äh, Moment. Moment. Ich will nochmal zurück. Scheiße, ich komme nicht mehr zurück. Fuck. Ich würde gerne durch den Schacht... Da ist jetzt schon wieder so eine Situation gewesen, wo ich gerne durch den... Durch den Schacht gegangen wäre. Hier ist auch ein Schacht, aber da vorne war... Vielleicht kommen wir hier nochmal zurück. Ne. Okay. Gehen Sie weiter. Dieser Bereich war für unsere instabilen Patienten, die mit der Anpassung an den Weltraumprobleme hatten. Sagen Sie mir einfach wohl... Tragische Fälle. Instabile Patienten. Das klingt ja vielversprechend. Wo ist? Wo ist? Hallo? 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 Oh, okay. Äh. Hallo? Mh, lecker. Mh, lecker, lecker. Erdbeermarmelade. Wow. Alter Falter. Sieht das geil aus. Entschuldigung, dass ich es immer wieder sagen muss, aber das ist einfach nur total geil. So, jetzt haben wir die Beleuchtung hier angemacht. Jetzt sehen wir auch ein bisschen mehr was hier. Oh, Leuchtfackel. Haben auch schon lange keine mehr gebraucht von, von der Leuchtfackel. Schon länger nicht mehr auf jeden Fall. Und ich begrüße natürlich alle neuen Zuschauer hier in der Let's Play Live Show. Jeden Freitag und Samstag ab 20 Uhr gibt's die Let's Play Live Show. Schön, dass ihr alle da seid. Und falls ihr mich bei YouTube besuchen möchtet, einfach Werbung in den Chat schreiben. Dann, warum ist jetzt Licht aus? Hallo? Äh, wie gesagt, einfach Werbung in den Chat schreiben und der Nightbot schreibt dann meinen YouTube Channel. In den Chat. Beleuchtung ist doch an, ne? Oder? Okay, da hinten kommen wir aber anscheinend nicht durch. Gut, dann gehen wir mal zurück. Ähm. Mein Gott, ist das riesig hier alles. Aber toll gemacht, muss ich ehrlich sagen. Also mein Lob an Sega. Höh, höh, höh. Was hier? Oh, ne Gummizelle. Geil. Äh. Sieht ein bisschen aus wie ein Darm. Nur mal so eben. Höh, hier sind Alienflecken. Da will ich gar nicht hin. Wo müssen wir denn hin? Okay, wir müssen da lang. Ich will mich trotzdem ein wenig umsehen, weil die sind so viele Sachen, die ich gerne untersuche. Auch wieder an Radio und Komponenten. Na? Und? Okay, da kommt nichts. Ich bin ja so einer, der gerne alles abgrast hier. Oh, ein Tonband. War es nicht, wenn man mich ignoriert, Morley. Verstanden? Als ich heute die Arzneiausgabe benutzen wollte, wurde mir der Zugriff verwehrt. Wie soll ich bitte meine Arbeit machen, wenn Sie und Lingard meine Zugangsprivilegien widerrufen? Einige meiner Patienten werden ohne Medizin rückfällig werden. Besonders angesichts der heiklen Lage auf der Station. Ich werde es nicht zulassen, dass das Wohlbefinden der Patienten gefährdet wird. Dies ist eine offizielle Warnung. Ja, speichern wir nochmal eben hier auf die Schnelle. So. Er hat kein Problem damit. Okay. Ich möchte trotzdem nochmal eben... Da war glaube ich noch eine Tür, ne? Oder? Hier vorne. Aha. Kommen wir da rein? Ne. Zugangscode benötigt. Okay. Wir müssen rechts lang. Ich gehe mal links. Erstmal immer den anderen Weg gehen. Ja, von hier sind wir gekommen, ne? Oder? Ja. Jetzt sind wir einmal im Kreis gelaufen. Genau. Okay. Dann gehen wir da lang. Ich frage mich, wo wir die ganzen Sachen für die anderen Türen finden. Weil wenn wir doch weitergehen, dann... Ganz genau. Diesen Kogel 3 klar. Ja, supi. Klingt ja toll. So, unseren Generator müssen wir benutzen. Benutzen. Oh, okay. Äh. Moment. Ich glaube der. Dann der. Und dann der. Sehr schön. Wunderbar. So, auf geht's. Schrott einsammeln. Oh, da liegen, äh, Poker-Chips rum. Und Dirt wieder. Das Magazin Dirt. Dirt. Okay. Zum Verstecken gedrückt halten. Brauchen wir nicht momentan. Ah, hier. So. Da haben wir wieder Sevastolink. Privatmedikamentenmangel. Dr. Lingard. Wir benötigen hier, äh, Simulatizen-Nachschub. Äh, Simulantien-Nachschub. Uns geht, ähm, der Vorrat aus. Und noch dazu scheint Kuhlmann das Zeug wie Süßigkeiten zu verteilen. Ähm, denn Loxnach war er diese Woche schon 16 Mal in der, äh, Arzneiausgabe. Wir müssen die Medikamente rationieren. Die Bevölkerung von, die Bevölkerung von Sevastopol mehr und mehr brauchen, je näher die Stilligung rückt. Können Sie mit Kuhlmann reden und herausfinden, wohin die Medikamente gehen? Oh. Ne, ich wollte noch mehr lesen. Hallo. Falscher Knopf gedrückt, Entschuldigung. So, Quarantäne. Ja, ist doch gut. Hab ich gefunden. Zugriff für, äh, nur für, äh, Führungspersonal. Äh, Quarantäne. Quarantäne-Verletzung in der Krankenstation registriert. Quarantäne-Protokoll für die Kranken... Christobal, Krankenstation, aktiv. Der Zutritt zum primären Pflegebereich ist ausschließlich Marschalls und Führungspersonal gestattet. Univisioneller Zugangscode der Anlage 1702. Systemscans zur Entdeckung möglicher Quarantäne-Verletzung erfolgt alle 15 Minuten. Okay. Sebastian Pohl, ein Vorposten des Fortschritts. Julia Jones, beruhigte Anwohner. Das Recht, Waffen zu tragen, hat sich auch im Kolonialweltraum durchgesetzt. Allein verwundbar und Lichtjahre vom Gesetz Vollzug entfernt. Wer konnte den Reisenden schon die Möglichkeit verwirren, sich selbst und ihre Familie zu beschützen? Die Schattenseite des Arguments ist die Wasserpool, wo sich Verbrechen mit Schusswaffen häufen. Sie drehen sich in eigener Vergessen Ecke des Weltraums im Kreis. Die Bewohner sind deprimiert und niedergeschlagen. Wer es sich leisten konnte, ist schon vor Jahren abgehauen. Freunde und Nachbarn blieben zurück zwischen verlassenen Geschäften, rostigem System und der vergessenen Träume wirtschaftlicher Aufschwungs im Weltraum. Die Bewohner der Wasserpools fühlen sich getäuscht, angelockt von Unternehmen, die nicht wahrhaben wollten, dass die Weltraumblase kurz vor dem Zerplatzen stand. Sie sind wütend, verzweifelt und zusehends gespalten. Das jüngste Vorgehen der Colonian Marshals gegen den Schwarzmarkt verstärkte die Feindseligkeit. Die Station scheint jeden Tag ein Stück näher an den Abgrund zu rücken. Okay, Fehler und Zubehör ist auch nichts. So, jetzt haben wir natürlich ein Problem, weil Alarm ausgelöst worden ist und ich denke, dass wir... Finden Sie Dr. Mollys Schlüsselkarte. Und ich glaube, wir werden jetzt nicht mehr alleine bleiben. Das habe ich im Urin. Boah, diese dämlichen Kamerageräusche. Psch, wir müssen... Alter, geh weg, du kack... Okay, erster Kontakt mit Alien. Geh weg, du scheiß... ...drecks... Alien-Kack-Bratzen-Dingen. Äh... Äh... Hallo? Hehehe... 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 Äh... Okay, der Punkt ist weg. Aber... Ich, äh... Was, 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 was? Wo, 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 wo? Wo, wo, wo? Hehehe... 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 Wo, 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 wo Oh, oh, ähm, ja, das, ähm, lief ja nicht so toll, das lief schlechter als ich gedacht hatte. Okay, wir haben ja noch so ein Ablenkungsmanöver, das werden wir mal gleich mal benutzen. Ähm, ja, wo waren wir stehen geblieben? Das, das hatten wir schon gehört, ja, äh, Morleys Büro, so, wir müssen zum Büro, okay. Also, das war hier lang, ne, genau. Ganz genau, diesen Korb wieder entlang. Aua. Ähm, ich werde mal eben, ne, MP nicht, Geräuschmelder, werde ich mal auswählen. Denn wir werden das Alien mal ein wenig abschrecken. Ähm, das, das und das, genau. Sie sind da, das ist Morleys Büro und der Zugangscode müsste irgendwo hier sein. Lach hier eigentlich noch irgendwas? Ah ja, hier, ne, Schrott, genau. So, jetzt müssen wir eben noch kurz den Sicheringscode finden und dann können wir das Alien auch ablenken. Haben Sie den Zugangscode gefunden? Ja, hab ich. Jetzt brauchen wir noch die Schlüsselkarte. Morleys Tokima eine bei sich. Finden Sie. Warnung, Quarantäneverletzung in der Krankenstation registriert. Keine Sorge, ich versuche nur herauszufinden, was das ist. Konzentrieren Sie sich auf das Finden der Schlüsselkarte. Scheiße. Hallo? Äh. Hallo Alien! Wo müssen wir nochmal hin? Da müssen wir hin. Okay. Okay, das Alien ist, glaube ich, hier drin, ne, oder? Wie war das nochmal? Aber wir müssen, glaube ich, da rein, ne, so. Oh, steht, genau da steht er, da hinten steht er. Oh, fuck. Fuck. Oh, fuck. Oh, was, 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 wo, 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 wo? Ich glaube, genau hier müssen wir irgendwo hin. Da müssen wir rein. Wie soll ich denn da reinkommen? Oh, Zugangscode. Äh, wie war das denn nochmal? Scheiße, ich hab vergessen, den Zugangscode aufzuschreiben. Nein! Bin ich hohl! Fuck! Scheiße, was war das denn? 1705? Irgendwas mit 17 war das. Scheiße, fuck. Oh, bin ich hohl. Oh, geh weg, 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 geh weg. Oh, nein, 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 nein auf anfangen und natürlich den geräuschmacher wieder nehmen das kann ja nur besser werden so sehr schön moment haben sie den zugangscode gefunden jetzt brauchen wir noch die schlüsselkarte molle trug immer eine bei sich finden sie so 1702 sehr gut schon gut zu wissen hallo okay so also noch mal von vorne hier steht wieder hier irgendwo ne ja da ist er bewegt sich auch gerade nicht noch jetzt geht glaube ich von uns weg ja sehr schön wo das ist ganz in der Nähe oh das ist ganz in der Nähe du hässliches Vieh du hässliches Vieh geh weg du kackpratzen den Dingen halte geh weg geh weg geh weg geh weg ja er steht da scheiße ja geh mal weg gehst du bloß weg du scheiß Vieh ja geh aus der Tür raus ja so Gott sei dank Gott sei dank so jetzt aber oh oh dreh dich nicht um nicht um nicht umdrehen nicht umdrehen nein 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 Keine Krise Oh, oh, oh. Geh doch weg, geh doch weg, geh doch weg, geh doch weg, du scheiß Vieh, geh doch einfach weg, du scheiß Vieh, wie soll ich denn jetzt rauskommen, geh doch weg, Alter, geh doch weg, boah, bist du hässlich, warum geht's denn nicht weg, das gibt's doch nicht, warum geht's denn das scheiß Vieh, ist das Vieh nicht weg, ist das ein Bug oder so, oh, ich glaub's nicht, das ist ein scheiß Bug, das Alien hängt fest bei mir am Spind, oh, nee, oder, geh doch weg, geh doch, geh doch weg, Na toll, super, ja, ich hab, ich hab'n Bug gefunden, das Alien ist, ja, verbuggt, jetzt gerade, es läuft nicht weg, oder? Hallo, weil wenn ich jetzt rausgehe, ist vorbei, äh, ja, aber ich finde, das ist eine gute Position, oben für heute, ach, ich probier's einfach mal aus, so, auf Wiedersehen, Ja, wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Ja, oh mein Gott, tja, da war das Alien wohl verbuggt und klemmte zwischen, ja, meinem Spind und dem Flur, und, ähm, tja, unglaublich, Wahnsinn. Oh mein Gott, war das dramatisch, war das purer Horror, war das, oh, geil, ein total geiles Spiel, gefällt mir richtig gut, Und wir haben jetzt mittlerweile gleich halb zwei und, ähm, ja, wie gesagt, jeden Freitag, jeden Samstag, Let's Play Live Show. Wir beenden das Ganze für heute, wir spielen an dieser Stelle natürlich dann den nächsten Weitag, nächsten Freitag, definitiv einschalten, Let's Play Live Show, 20 Uhr, und natürlich Samstag auch, und dann spielen wir weiter und vielleicht schaffen wir's dann durch und dann zeig ich euch auch mal den, äh, Überlebensmodus, wenn wir's bis dahin durchschaffen, und ich bedanke mich natürlich an alle, die da gewesen sind, an alle, wie gesagt, auch die 125, die da gewesen sind, vielen, vielen Dank, falls ihr mich besuchen möchtet, Reflex GER ist mein YouTube Channel, einfach mal vorbeischauen, ich mach auch ein paar Let's Plays, und wie gesagt, nächsten Freitag und nächsten Samstag gibt's natürlich wieder Alien Isolation, und ich bedanke mich für alle, die da gewesen sind, auch die 83, die jetzt da sind, immer noch da sind, und vielen, vielen Dank dafür, und, ähm, ja, euer Reflex möchte sich jetzt von euch verabschieden, und, ähm, bleibt mir treu, lasst mir ein Like da, wie gesagt, besucht mich auf YouTube, und dann sehen wir uns den nächsten wieder bei Alien Isolation, und, äh, ich würd mich freuen, wenn ich den dann wieder einschalte, wie gesagt, jeden Freitag, jeden Samstag, Let's Play Live Show, um 20 Uhr, und euer Reflex sagt, gute Nacht, macht's gut, und, ja, weiterspielen, ne?